Hallihallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz kurzen Video auf meinem Kanal. Es ist gerade Sonntagabend und ich habe mir nochmal das Auto von meiner Mutter gekrallt, um ein bisschen durch die Gegend zu cruisen, ein bisschen die Seele baumeln lassen und hier noch der Sonnenuntergang. Wie sollte das auch besser gehen? Aber es geht natürlich nicht ums Baumeln oder um die Seele. Nee, es geht heute darum, wann kommen Videos? Wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich mir in den Sommerferien das Ziel gesetzt, jeden zweiten Tag ein Video zu machen. Und das habe ich dann Ende Ferien, habe ich das ein bisschen sein lassen, um meiner kreativen Ader ein bisschen mehr Freiraum zu lassen. Und als ich dann halt dieses Müssen weggenommen habe, ist es dann wieder bergab gegangen mit der Regelmäßigkeit. Also es kann wieder weniger Videos, immer weniger. Und jetzt in letzter Zeit, beziehungsweise als die Schule wieder angefangen hat, haben jetzt nur noch ein Video pro Woche, habt ihr nur noch gesehen. Und wie soll es dann sein, wenn ich keine strikten Regeln mehr habe, dann lässt die Regelmäßigkeit immer, immer mehr nach. Und da die Schule noch angefangen hat, war sie jetzt fast zu unter ist. Also es kam nur noch ein Video die Woche und das regt mich auf. Das regt mich auf, aber ich verbessere überhaupt gar nichts dran. Yo. Nee, aber Leute, ich möchte euch jetzt etwas versprechen. Und zwar möchte ich euch versprechen, dass in Zukunft werde ich zwei Videos die Woche mindestens hochladen, wenn nicht mehr. Und wann werden diese zwei Videos kommen, Pumpkin? Was ist denn hier los? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Leute, die Videos werden freitags und sonntags kommen. Das heißt, ich habe durch die Woche hindurch genug Zeit, bis Freitag ein Video zu machen. Und dann werde ich am Sonntag noch eines raushauen. Also schön am Wochenende könnt ihr euch berieseln lassen von meiner stumpfen Unterhaltung. Und dieses dritte Video wird dann irgendwann mal die Woche durchkommen. Aber freundet euch nicht zu sehr mit diesem Gedanken ab, weil drei Videos die Woche werden es nicht so oft geben, weil ihr habt ja gesehen, ich schaffe nicht mal ein Video pro Woche. Yo. Ja, aber ich möchte halt wirklich zwei Videos die Woche bringen, weil sonst ist es auch ein bisschen scheiße und ich produziere diese Videos ja gerne. Und wenn ich dann wieder sehe, dass ich so lange nichts produziert habe, dann regt es mich halt selbst auf. Und es wird dann auch nicht fest sein, dass zum Beispiel am Freitag Gaming kommt und am Sonntag Real Life. Das wird dann einfach spontan entschieden und einfach danach gemacht, wonach ich mehr Spaß habe. und wenn ich mehr Spaß habe, wird das Video natürlich auch besser. Darum will ich mich da nicht zu fest fest fahren. Ja, und zusammenfassend kann ich sagen, es kommt freitags und sonntags ein Video und sonst vielleicht noch ein anderes Video. Man weiß es nicht, man munkelt bisher nur. Und ja, wie ihr seht, bin ich jetzt schon fast beim Auto. Und dann würde ich sagen, Leute, müsst keine Posi-Wertum da lassen. Wollte ich euch einfach nur mal sagen und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Pumpkin. Yo, ich treffe einfach nichts.